Moin, herzlich willkommen hier am Samstag zur Vormittagsausgabe Let's Play LS17, äh, LS19, Nordfriesische Marsch Version 1 Ich bin dabei, hier eine Mission, in dem ich hier ein Feld abernte Hapsabernte, und einer von den Träschern ist voll Hafenbring, also, da sind wir gleich zu frei Ich hab Feld 1, das gehört mir ja, das hab ich angesät Hafer drauf gehauen, da sind beide Träscher voll Und ich hab kein Apfarrer mehr So ein Erger Halt, leer, wie es geht, das ist nicht viel, was ich da raushol, aber immerhin Die Düngemission, ähm, abgeschlossen Hafen, würd ich sagen Ich mag den T3 ja nicht, der Pferd finde ich nicht Keine andere Wahl Leute, gestern gab's keinen Livestream, heute Abend gibt's auch keinen Livestream Ich bin froh, dass ich überhaupt das hinkriege, diese Folge hier zu veröffentlichen Ich hab im Moment so viel zu tun auf der Arbeit Dass ich nicht, nicht zum Spielen komme, aber null Ich bin nur am Arbeiten und ob wirklich 14 Stunden am Tag lang länger Das ist im Moment echt sehr krass Ich sitze jetzt hier irgendwann mitten in der Nacht und nehme jetzt hier die Folgen fürs Wochenende auf Ich kann noch nicht versprechen, dass es momentan eine Folge gibt Da muss ich tatsächlich gucken, wie ich das, äh, zeitlich hinkriege Kann schwierig werden Aber ich sag euch nachher nicht Bescheid Ich muss auch, äh, Samstag am Arbeiten, ich muss Sonntag arbeiten Sonntag auch abends noch Ich weiß noch nicht, wie lang Ich kann Spetzen Und da muss ich ganz normal arbeiten Pizza muss ich ganz normal arbeiten Ja, ich will mich nicht beschweren, ne Ich fand das einfach nur sehr viel Das solltet ihr nur wissen, damit ihr eventuell Verständnis dafür habt Wenn ich, ähm, kein Dann doch mal irgendwie hakelt mit ihm Das Video am Mittwoch kam ja auch etwas zu spät raus Das war nicht um 10, das war jetzt um 10 nach 10 Ich hatte es rechtzeitig hochgeladen, hätte bloß auch vergessen einzustellen, dass es um 10 Uhr veröffentlicht wird Ich hab das dann irgendwann um 10 nach 10 Uhr aufgefallen Und dann hab das dann, ähm, manuell veröffentlicht Kann mal passieren sowas Moment, äh Wer hat denn mein Palettenlager geklaut? Okay Ja, meine Hälfte sind beide im vollen Taunt Ich weiß Aber es war so Ich weiß wszyscy Ich weiß sie Nein, ich weiß sie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020